so wie heute herzlich willkommen zu einem kleinen ankündigungsvideo heute ja wer ist dabei cj ist auch am start und zwar haben wir zwei geplant diesen samstag also morgen das video kommt freitag online haben wir geplant ein kleines fan treffen zu machen weil die frage wurde ja gestellt im letzten snapchat frq und ja wer uns sehen will kann da einfach um 19 uhr in kemden ans forum kommen vorne am brunnen ich glaube wer in kemden wohnt der weiß bescheid wo es ist und ja da sind wir dann am start wenn keine kommt dann kommt keiner sie hat uns dann auch nicht dann gehen wir halt in der stadt und ja das mitternacht shopping also wer bock hat uns zu sehen oder so kann einfach vorbeikommen und genau das war alles was man zu sagen hatten ich will noch tschüss sagen bis morgen tschau bis morgen abend 19 uhr deutsche ortszeit kemden ähm brunnen genau genau kemden brunnen leute also bis morgen wenn jemand kommt halt dann und wenn ich dann nicht also tschau